In diesen News geht es um die Verfilmung zu Otomos Meisterwerk Akira, einem eventuellen Aufkauf von CD Projekt Red und einer Erweiterung für Assassin's Creed Syndicate. Ich bin Philippe und das sind die Text-Kalibu-News. Gerüchten zufolge soll Katsuhiro Otomos Erfolgsmanga Akira als Real-Life-Film umgesetzt werden. Die Reihe war eine der Geschichten, welche die Manga- und Anime-Welle nach Europa und Amerika brachte. Eine Verfilmung würde daher sicher vielen Fans gefallen. Bereits seit 2002 hat Warner Bros. die Rechte an einer Real-Verfilmung und versucht, diese in die Tat umzusetzen. Angeblich plant das Studio gemeinsam mit Christopher Nolan jetzt sogar eine Trilogie zu dem Werk. Für den 21. Juli 2017 wurde bereits Nolans nächster Film für die Kinos angekündigt. Während bisher viele auf einen neuen Batman setzten, liegt jetzt die Vermutung nahe, dass es sich dabei tatsächlich um Akira handeln könnte. Welche Position er bei der Produktion einnehmen soll, ist jedoch noch unklar. Außerdem arbeitet Regisseur Brad Bird derzeit an einer Fortsetzung zu dem Disney-Film Die Unglaublichen. Seit der erste Film über die Familie Incredible 2004 in die Kinos kam, wird ein zweiter Teil bereits von vielen sehnlichst erwartet. Das Drehbuch soll laut Bird schon zu einem Dreiviertel fertiggestellt sein. Ebenso seien an der Produktion viele beteiligt, die bereits beim ersten Film involviert waren. Zur Handlung verriet er bisher noch nichts, denn die Spannung soll ja nicht schon im Vorfeld genommen werden. Und die Gerüchte brodeln weiter. Wird EA vielleicht demnächst das Studio CD Projekt Red und damit die Macher von The Witcher übernehmen? Aktuell behauptet ein angeblicher Mitarbeiter des polnischen Spieleentwicklers, dass sich Electronic Arts derzeit zur Verhandlung in Warschau befindet. An die Spiele-Website DSO Gaming soll geschrieben worden sein, Ich bin ein Mitarbeiter von CD Projekt Red und ich habe schlechte Neuigkeiten. Unsere Führungsspitze redet wahrscheinlich gerade mit Electronic Arts über eine mögliche Übernahme. Mitarbeiter von EA sind derzeit bei uns zu Besuch im Studio und treffen sich mit dem oberen Management. Jedoch liegt keine zweifelsfreie Bestätigung vor, dass diese Person tatsächlich ein Mitarbeiter bei CD Projekt sei. Daher ist unklar, ob man der Aussage überhaupt Glauben schenken kann. Marcin Iwinski, einer der Gründer des polnischen Entwicklers, weiß angeblich nichts von einem möglichen Aufkauf durch EA. Ob wirklich Vertreter von Electronic Arts in Warschau waren, ist demnach unklar. Und auch wenn es Fakt wäre, könnte der Besuch auch noch viele andere Gründe haben. Möglich wäre ja auch beispielsweise eine Kooperation für eines der nächstgrößeren Spiele. Ein Aufkauf durch einen großen Publisher wäre aufgrund des Erfolges der The Witcher-Reihe zumindest vorstellbar. Jack the Ripper mischt bei Assassin's Creed Syndicate mit. Allerdings soll der Serienmörder nur per DLC ein Bestandteil des Open-World-Spiels werden und müsste daher zusätzlich erworben werden. Dies hat Publisher Ubisoft bei der Sony-Pressekonferenz vor der Tokyo Games Show bekannt gegeben. Dieser separate Content soll von dem Mörder handeln und im Jahr 1888 in London spielen. Angesiedelt ist er also ein paar Jahre nach der eigentlichen Story des Spiels. Zur Handlung dieser Erweiterung ist allerdings noch nichts bekannt. Ein Trailer zur Jack the Ripper Story ist bereits online und verspricht ein phänomenales Eintauchen in die Mythen und Theorien um den Serienmörder, dessen Identität nie aufgedeckt wurde und der bis heute nicht geschnappt werden konnte. Und wahrscheinlich auch nicht mehr wird. Assassin's Creed Syndicate soll für die Playstation 4 und die Xbox One übrigens am 23. Oktober erscheinen. Die Version für den PC soll dagegen erst zur Weihnachtszeit dieses Jahres veröffentlicht werden. Würdet ihr euch die Jack the Ripper Erweiterung zulegen? Was haltet ihr von einer Verfilmung von Akira und glaubt ihr, CD Projekt Red könnte wirklich von EA übernommen werden? Uns würde eure Meinung interessieren, schreibt es uns wie immer in die Kommentare. Ansonsten hier oben zwei weitere Videos von uns. Hier unten auf dem blinkenden Schwert könnt ihr uns abonnieren. In der Videobeschreibung alle Links und alle Quellen. Ja, macht es gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.